Willkommen zu diesem Video. Heute gibt es heute mit der 588. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen hier erst einmal 450 Flaggen. Und ja, das Video wird heute nicht allzu lange gehen, kann ich euch jetzt schon sagen, weil es ist was sehr Wichtiges bei uns. Deswegen wird es nicht allzu lange gehen. Ich schätze mal, wir gehen die Drachen durch. Wir werden aber heute nicht groß raufen oder Spießenlauf machen oder sonstiges. Ich hoffe mal, ihr versteht das und das wird, denke ich mal, schon passen. So, hier können wir erstmal auf Garantie drauf gehen, damit wir schön ein Premium-Paket vielleicht mitnehmen. Und dann ziehen wir erstmal die Blumen hier ein. Es wurde gestern gefragt, warum bei mir die Blumen schon da sind, dieses Blume-Event, und bei euch noch nicht. Das ist wegen dem Drachenreiter-Frühzugang. Deswegen wird das bei euch noch gar nicht angezeigt. Ich frage mich immer noch, warum wir überhaupt einen Drachenreiter-Frühzugang haben auf solche Events, weil wir kriegen sowieso jeden Tag zwei. Das heißt, selbst ohne Frühzugang würden wir es easy schaffen. Ja, keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir das kriegen. Finde ich auch ein bisschen überflüssig, aber naja, gut. Wenn die denken, dass wir es brauchen, dann machen sie es halt so. Gut, die können erstmal los. Dann können wir einmal hier zweimal füttern, dann können wir hier einsammeln, dann können wir den fertig füttern. Und dann geht er weiter. Wunderbar. Und wieder ins Training. Kriegt auch wieder kleine Millionen drauf, das ist auch sehr gut. So, dann haben wir noch Holz übermäßig viel, aber das können wir schon so einsammeln. Dann kann nämlich unser Kollege hier los. Wunderbar. Für den Fisch reicht es halt nicht. Also jetzt können wir den nochmal eisenlos schicken für den Fisch, aber das ist nicht so schlimm. Dafür können wir jetzt den Kollegen füttern und ins Training schicken. Der Kollege kann nicht gefüttert werden, ist nämlich auch gerade Level 100 geworden. Da kann er sowieso, muss er eh erstmal wieder ins Training. So, dann drehen wir hier. Und endlich, Leute, endlich ist er Titan geworden. Sehr, sehr schön. So, dann können wir es einmal einsammeln. Und dann kannst du nichts sammeln, weil alles voll ist. Sechs Millionen, drei Millionen, siebeneinhalb Stunden, ja gut, das nimmt sich nichts, da kommen wir aufs Gleiche. So, schauen wir doch mal, ob du uns auch gönnst. Rotes Gift oder nicht. Oder hieß doch rotes Gift, ich glaube schon. Ne, du natürlich nicht. War 50-50 Chance, haben aber wieder nicht geschafft. Ähm, genau, rotes Gift war schon richtig. So, dann gehen wir einmal zu Johann. Der hat wieder nichts für uns. Also, wenn sich das immer so zieht, nur weil der uns dauernd keine Angebote gibt, ist auch blöd. Weil wir müssen ja dort diese Innenaufgabe noch machen. Und, ja, sehr gut, Leute. Neuer Drache. Endlich ist er da. Wir haben ihn lange jetzt gesucht. Ähm, Sega ist endlich neu. Sehr schön. Ist so ein halbwegs guter Eisensammler. Werden wir nutzen mit 1300 in einer halben Stunde. Er ist natürlich auch erst auf Max-Level, aber der sammelt vorher auch schon relativ gut in kurzer Zeit. Und, ja, brüht man den mal aus. Es dauert wahrscheinlich fünf Tage. Genau. Keine Tagsschaden wieder los. Kommen wir einmal auf... Zwinkern. Haben wir vorher noch einen? Ne, vorher haben wir alle, ne? Wir gehen mal hier nach Reihenfolge. Da ist jetzt als nächstes Zwinkern dran. Dann kommt Grottenschlinger bald. Uh, das wird auch gut. Also, vor Grottenschlinger kommt noch ein anderer. Ah, jetzt muss ich ja immer runterscrollen. Ich wollte nämlich mal gucken. Glutrücken kommt vorher noch. Ne, Grottenschlinger sammelt doch auch relativ gut, ne? 18 Millionen, 7,5 Stunden. Kannst du nicht mehr gern. Na gut, ähm, dann gehst du jetzt los. Und zwar gehst du nicht zu Grottenschlinger, sondern der, der zwei drüber ist. Da. Zwinkern. Ich weiß nicht, wie der ist. Ja, gut. Ist jetzt nicht übermäßig gut. Ist jetzt aber auch nicht übermäßig. Und wieso? Ey, es nimmt dieses Kreuz halt nicht als Kreuz an. Deswegen kommen wir immer in diesen Odinsmarkt, weil er halt direkt dahinter ist, wenn man da drauf drückt. Ähm, du gehst grad los. Sonst haben wir gleich gar keine Runen mehr. Gut, dann haben wir die alle eingesammelt. Dann können wir unsere Legendär noch losschicken. Einmal da immer Flügler. Achso, ja, wenn man hier unten nach oben geht, dann zieht es das Bild so nach außen. Gut zu wissen. Da weiß ich jetzt, ob es auch woanders lag. Gehen wir wieder ein Stück nah ran. So, dann kann einmal Muffel wieder los, wenn ich ihn anklicken darf. Jetzt. Und zwar gratis. Los geht der Hase. Und dann haben wir hier noch Mixel. Du kannst natürlich auch wieder los. So, hier haben wir dann das süße Herz. So. Und hier haben wir noch Magmaron. Und da reicht es nicht ganz. Okay. Ähm, da ist der nächste Kollege. Ey, wie riesig der ist, wenn man hier mal richtig ranzoomt, ne? Können wir mal kurz hier raus, das würde ich nicht angetatscht haben. Danke. Ui. Gefühlt, kannst erst mal einen Film drehen. So hier so halb. So groß und mächtig. Gut, kannst wieder los. 18 Stunden dauert der ganze Spaß. Kennen wir ja. So, gehen wir wieder richtig ran. So. Dann kann einmal Eret wieder los. Hat uns nochmal einen Bernstein geholt. Wunderbar. Und wieder zwei tauschen gehen. Danke. Und dann haben wir hier noch unsere vier Reisetrachen. Können wir natürlich auch wieder losschicken. Gehen wir erstmal ganz normal weiter. Helfen. Und gratis. Dann haben wir noch Hakenzahn. Du gehst auch wieder normal los. Genau, da drehen wir einmal ein Glücksrad. Vielleicht kriegen wir ja sogar Zahnmeister. Ich weiß gar nicht, ob wir Zahnmeister hier schon haben oder nicht. Müß ich mal nachgucken. Aber es könnte sein. Ich denke mal schon, dass wir den haben. Ich meine, wenn wir schon 210 Reisen. Wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass wir den dann nicht haben? Schauen wir mal nach. So. Müssen wir einfach nur Meister. Maestro suchen. So. Meister. Ne. Den haben wir. Was? Das hätt ich jetzt nicht gedacht. Also ich hab mal einen Account auch gehabt. Da hab ich den übers früh gekriegt. Da hab ich den dann als Fischsammerk direkt genommen. Weil ich den halt direkt am Anfang hatte. Aber okay. Gut. Dann gehst du wieder lo-ho-ho-ho-ho. Ja. Dahin. Und dann haben wir hier noch Flashclops. Du kannst natürlich auch wieder los. Einmal einsammeln. Dann da. Und gratis. Kein seltenes Paket. Aber das ist nicht so schlimm. Gut. Sammeln wir hier nochmal alles ein. Dann gehen wir. Genau das. Ne. Das war Johannaufgabe. Es ist jetzt nichts, was wir schnell machen können. Die Johannaufgabe. Die zieht sich einfach Ewigkeiten wahrscheinlich. So. Und einmal alles einsammeln. Let's go. Yep. Und dann hier noch ein bisschen Holzfisch. Und Runen. Wunderbar. Öffnen wir das zweite auch noch, würde ich sagen. Let's go. So. Dann sammeln wir es einmal ein. Und wir bekommen wieder einmal Standard Stuff. Genau. Also wieder ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch. Ganz normal halt. Gibt's nochmal ein paar Runen drauf. Hm. Hm. Ja. Wenn wir jetzt Ohnzahn beschleunigen, haben wir halt vielleicht gar nichts mehr. Dann ist wieder alles weg. Aber ich hätt schon Bock drauf. Einmal mal Ohnzahn kurz beschleunigen. Hätte ich nichts gegen. Gut. Jetzt haben wir das hier noch ein. So. Wir haben jetzt immer noch nicht genug. Und wir kriegen hier hundert... Ja gut. Komm. Wir machen das. Da schnackeln wir nicht lange rum. Einfach kurz ausgegeben. Premium-Paket ist drinnen. Ist das letzte. Und komm schon. Gönn uns. Gönn uns. Gönn uns. Gönn uns. Ah Mann ey. Das schlechteste. Das schlechteste vom schlechtesten. Und wir haben kein Holz mehr. Gönn uns. 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 Gönn uns.